An der Autoprüfung wird der Gesamteindruck von eurer Leistung bewertet. Doch ich finde es auch wichtig, dass ihr die einzelnen Bewertungspunkte kennt. Damit, wenn ihr zu Hause mit einer Begleitperson zu üben könnt, könnt ihr diese Dinge achten. Und genau um das geht es im heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zum heutigen Thema habe ich ein Beanstandungsblatt mitgebracht von einer Probeprüfung mit den einzelnen Bewertungskriterien, die ziemlich ähnlich aufgebaut sind, wie das vom Strassenverkehrsamt. Und das Ziel unseres YouTube-Kanals wäre, dass wir in Zukunft mit unseren Videos all diese Punkte hier drauf abdecken könnten. Schauen wir es doch mal an miteinander. Zur Beachtung, dieses Beanstandungsblatt ist dem Fahrlehrer zu zeigen. Natürlich, wenn ihr so eines rüberkommt nach einer Negativprüfung. Dann geben sie es dem Fahrlehrer. Dann könnt ihr anschauen, an was diese Prüfung gescheitert ist. Die Wiederholung der praktischen Fürprüfung erstreckt sich auf alle Prüfungselemente. Es ist so, wenn ihr an eine zweite Prüfung geht, dann wird nicht nur dieser Teil repetiert, der nicht gut gelaufen ist an der ersten Prüfung, sondern es wird nochmal eine komplette Prüfung gefahren mit allen Elementen, wie z.B. Parkieren, Autobahn, Ausserorts, Innerorts. Einfach eine gemischte Prüfungsroute wird nochmal gefahren. Wer die praktische Führerprüfung zweimal nicht besteht, wird zu einer weiteren Führerprüfung nur zugelassen, wenn ein Fahrlehrer bescheinigt, dass die Fahrausbildung abgeschlossen ist. Das bedeutet so viel wie, an die ersten beiden Prüfungen könnte er theoretisch sogar ohne Fahrlehrer gehen. Nur wenn er diese nicht besteht, dann bei der dritten, dort muss ein Fahrlehrer dabei sein, oder besser gesagt euch einfach Bescheinigung geben, dass ihr so weit ausgebildet seid, dass ihr die Prüfung bestehen könnt. Wer die praktische Führerprüfung dreimal nicht besteht, kann zu einer vierten Prüfung nur aufgrund eines die Eignung bestätigenden Tests nach Artikel 16 Absatz 3 zugelassen werden. Das heisst, im Volksmund zeigt man die psychologische Untersuchung, also wenn sie drei negative Prüfungen haben, dann ist es so weit. Gut, jetzt gehen wir mal die einzelnen Punkte noch durch. Ich versuche euch jeweils ein, zwei Beispiele dazu zu machen, zu den einzelnen Punkten. Kommen wir zu der Blicksystematik. Das ist gemeint mit Innenspiegel, Aussenspiegel, Seitenblick. Ihr findet dazu auch ein Video verlinkt. Ich schaue es euch unten dann in die Beschreibung unten in die Kommentare. Blicktechnik, Kurven, Verzweigungen, Kreuzen. Dort schaue ich hin, dort fahre ich hin, also weiss ich auch in einer Kurve, wo das ist. Orientierungstechnik, Doppel, Kontrollblick und Spiegel. Hier mache ich ein Beispiel zum Doppelblick. Das ist gemeint bei einer Verzweigung, wenn ihr hinfahren wollt, abbeugen. Beobachten wir mehrfach. Also links, rechts, links, rechts ist auch wirklich die Verzweigung frei. Nie nur einmal beobachten. Dynamische Beobachtung, Voraussicht, Verzweigungen, Fussgänger. Hier schaue ich auch Fussgängerstreifen frühzeitig an, links, rechts, ob jemand dort steht. Verkehrsumwelt. Verhalten gegenüber Verkehrspartnern. Kann ich meine Verkehrspartner einschätzen? Zum Beispiel zu den Kindern. Die sind natürlich speziell gefördert und weiss ich, wie ich darauf reagieren muss. Anpassen an Strassen, Sicht und Verkehrsverhältnisse. Natürlich muss ich angepasst fahren, wenn es nass ist, nebelig oder viel Verkehr ist. Verkehrsdynamik. Der nächste Punkt zu den Randmerkmale. Erkennen und beachten, führt ein Trottoir an unserem Fahrbahnrand nicht lang oder hat es kein Trottoir, hat es gefährliche Hausausfahrten. Auch das sollten wir erkennen. Geschwindigkeitsdifferenzierung. Natürlich eben, wenn es unübersichtlich ist. Bei Hausausfahrten, dann passen wir die Geschwindigkeit dementsprechend an. Und wenn es aber auch wieder übersichtlich ist, schauen, dass ihr die Geschwindigkeit ausnutzen könnt, wenn alles frei ist. Und das ist, dass ihr auf einer langen, geraden Inruhrbereich sicher die 50 km fahren könnt. Also um die 50 km fahren einfach. Dann Spurtgestaltung. Ich mache ja das Beispiel dazu. Lichtsignal, erste Position sind er. Schauen, dass er dort etwas zügiger wegkommt. Nicht, dass er den Verkehr zu lange aufhaltet. Weil wenn er grün ist, möchten möglichst viele Leute über die grüne Phase kommen. Und das arbeitet ihr nur, wenn ihr etwas dynamisch losfahren. Vor allem an erster Position. Dann mithalten im Verkehr, Gang und Geschwindigkeitswahl. Als Beispiel dazu mithalten im Verkehr. Ihr fahrt eine Bergstrasse. Es fährt ein Lastwagen vor euch. Schaut, dass ihr könnt. Zumindest mal mit dem mithalten. Nicht, dass ihr euch abhängen lässt, von einem Lastwagen ins Berg geht. Dann Verkehrstaktik. Anwendung. Der Defensivfahrgebote. Wenn er auf der Autobahn fährt. Es überholt euch jemand. Er zieht relativ knapp vor euch rein. Schaut, dass ihr den Fuss lupfen könnt. Kurzabend Gas geht. Dass ihr ihm auch wieder den Abstand geben könnt. Auch wenn jemand anderen Fehler macht. Wir versuchen das natürlich auszugleichen. Gefahren erkennen. Verhalten in Gefahrensituationen. Das ist gemeint. Ein verdeckter Fussgängerstreifen. Oder wie fahre ich bei parkierten Autos durch. Denkt daran, es könnte immer die Türen aufgehen. Um welcher rechts fahren. Fahrweise. Gangwahl. Motor abstellen. Natürlich wird der Motor abgestellt. Vor Bahnübergängen, die zu sind. Und bei Baustellen liegt das Signal mindestens dort. Verkehrsvorgänge. Fahrbahnbenutzung. Spurhaltung. Natürlich hier sauber auf der Spur bleiben. Richtungsanzeige ist der Blinker gemeint. Falsch oder nicht. Zum Beispiel aus dem Kreisel. Denkt immer daran, dass ihr den Blinker setzt. Nicht, dass ihr ihn vergessen. Einspuren. Auch hier falsch. Zu spät nicht. Weiss ich jederzeit, wie ich korrekt einspuren muss. Und setze ich es dementsprechend auch um. Bremsbereitschaft. Nicht unzweckmässig. Da kommen wir wieder zum oberen Punkt. Zum Beispiel in Gefahrenstellen. Bei Gefahrenbereichen. Schaut, dass ihr Bremsbereitschaft erstellen. Oder bei Rechtsvortritt. Das ist gemeint mit Bremsbereitschaft. Verzweigungen. Kreisverkehr. Unangepasst, unsicher. Zum Kreisverkehr haben wir auch ein Video abgeladen. Also zum Doppelspurigen. Und unangepasst ist gemeint, wenn ihr viel zu schnell auf die Verzeuge, auf die Kreisel zufährt. So, dass ihr gar keine Zeit habt, um eine passende Lücke zu beobachten. Dann kommen wir gleich zu den Lücken. Lückenbenutzung. Abbiegen. Kreuzen. Passt meine Lücke, die ich benutzen will. Oder müssen die anderen jeweils Bremsen noch reinfahren. Da solltet ihr auch darauf achten. Fussgängerstreifen verhalten. Fahre ich zu schnell auf den Fussgänger zu. Und vor allem lasse ich den Fussgänger ganz passieren, bevor ich wieder losfahre. Vor allem auf die rechte Seite. Nicht, dass er zu knapp an ihm dann vorbeifährt. Stoppstrasse ist klar. Stopp ist Stopp. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Beachten von Signale und Markierungen. Schaut ihr auch die Signalisationen an. Wisset ihr jederzeit, wie schnell das Wur erlaubt ist? Und für das müsst ihr eben die Signale anschauen. Vortritt. Rechtsvortritt. Missachtet unsicher. Wissen wir jederzeit, wer den Vortritt hat? Überholen. Genverkehr unschliessig. Zum Beispiel wenn ein Traktor im Ausserholzbereich vor euch fährt. Ja, wenn ihr ihn überholen könnt, dann macht es auch. Und da merkt man natürlich schnell, ob ihr einigermassen sicher fährt. Und das könnt ihr einschätzen, ob es reicht. Abstände, Verkehrspartner, Hindernisse. Zum Beispiel Velofahrer. Wenn ihr die Velofahrer überholen geht, schaut, dass ihr immer genug gesiedlichen Abstand geben. Innerhalb des Bereich mindestens einen Meter. Ausserhalb des Bereichs sogar ein wenig mehr. Ich sage immer 1,5 Meter im Ausserholzbereich. Beschleunigung. Verzögerung. Richtige Gangwahl. Ist es angenehm, wenn ihr Fahrer tut? Tönt ihr nicht ruckartig bremsen? Ja, um das geht es da. Kurven fahren. Ablauf. Wissen wir ungefähr, wie das abläuft. Dass man eben verzögern sollte vor der Kurve. Ausgangskurven. Ausgangskurven sollte anfangen mit dem Ausbeschleunigen. Fahrverhalten. Ja, da geht es um das gesamte Fahrverhalten. Wie schätzt ihr euch ein? Sind ihr sicher unterwegs? Unsicher? Ja, auch das sieht man relativ schnell mal. Dann kommen wir auf die Autobahn. Das überfliege ich, weil da findet ihr relativ viele Videos schon auf dem Kanal. Ich verlinke es euch unten dran. Einfahrerbeschleunigung. Genug ausbeschleunigung. Geschwindigkeit. Überholen. Ja, auch zum Überholmanöver. Da werde ich oft gefragt, muss ich eine Prüfung überholen? Ja, wenn möglich. Schon wenn die Autobahn frei ist. Es fährt ein einzelner Lastwagen für euch. Geht den überholen. Macht nichts anderes, als ihr auch in Zukunft werdet. Wenn ihr, sind wir ehrlich, auf Italien oben fahrt. Ihr fahrt auch nicht mit 80 Kindern eine Lastwagen an. Deswegen, wenn es frei ist. Wenn ihr eine Rücke habt. Dann geht die Leute überholen. Ausfahren. Verzögern. Ich beginne erst auf dem Verzögerungsstreifen zu bremsen. Das ist noch wichtig. Dann kommen wir zu den Manöver. Was gibt es alles für Manöver? Hier sind es aufgelistet. Parkieren seitwärts. Parkieren rückwärts. Beobachtung behindernd Eingriff. Da findet ihr auch ein Video auf dem Kanal. Das haben wir bereits erstellt. Dann, zurückwärts fahren gibt es. Beobachtung. Also sind ihr genügend Rennummerbeobachtung. Und wisst ihr auf welcher Seite, dass wir das machen. Manöverkorrektur. Auch da, wie kann ich am besten auskorrigieren. Dass ich nachher doch ins Parkfeld reinkomme. Wendebeobachtung verkehrsbehindernd. Ist klar, wir sollten immer an einer guten Stelle wenden. Wo wir niemanden behindert tun. Sicher des Fahrzeuges am Berg. Das ist die Bergsicherung gemeint. Was gehört alles dazu? Kommen wir zu den Notbremsen. Auch hier haben wir euch ein Video verlinkt. Genaue Infos findet ihr dort. Sitzposition, Kopfstütze, Sicherheitsgurt. Auch hier findet ihr ein Video dazu. Wie richten wir uns in der Sitzposition ein. Dass wir auch unser Fahrzeug auch sicher bewegen können. Bedienung, Kupplung, Schaltung, Gasbremse. Hier geht es ein wenig ins geschaltete Fahren. Für die, die mit dem geschalteten Auto unterwegs sind. Tut es jedes Mal ruckeln, wenn ich schalte. Oder geht es ein wenig angenehm. Handabung, Beleuchtung, Scheibenwischer. Wenn es regnet an eurer Feierprüfung. Dann wird euch Experten nicht sagen, es regnet. Sie können gerne den Scheibenwischer einstellen. Sondern es müsst ihr natürlich selber merken. Und für das müsst ihr auch wissen, wo sich der Scheibenwischer befindet. Und wie der genau funktioniert. An Moturenkenntnisse. Hier wollt ihr gerne sehen, dass ihr ein wenig Bescheid wisst. Auch über das Auto. Für was ist das Abblendlicht da. Wo befindet sich der Warmblinker. Geht es in diese Richtung. Anfahren. Motorabwürgen. Rollt zurück. Auch hier sind wir wieder im geschalteten Bereich. Ein Automat sollte in der Regel beim Berganfahren nicht zurückrollen. Aber im geschalteten kann das möglich sein, wenn ihr es falsch macht. Und deswegen schaut darauf, dass ihr nicht zurückrollt. Oder dass ihr den Motor nicht abwürgt an der Führerprüfung. Jetzt habt ihr einen Einblick bekommen. Wie das ungefähr bewertet wird. An so einer Führerprüfung. Und jetzt könnt ihr das nur noch zuhause üben gehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nie ein solches Beanstaltungsblatt vom Strassenverkehrsamt überkommt. Weil das bedeutet automatisch, dass ihr die Prüfung nicht bestanden habt. Falls euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet. Abonniert den Kanal. Und drückt auf Glocken. Bis dahin. Hebt euch Sorge und fahrt vorsichtig. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.